Hallo und herzlich willkommen Leute bei GROUND BRANCH! Ganz einen neuen Shooter habe ich mir gesaugt und ich bin jetzt die Maps am testen und jetzt schauen wir einfach mal. Das funktioniert, sehr schön. Weapon ready. Auf dieser Map sollten 20 Gegner sein und wir schauen jetzt einfach mal was wir rocken können. Es ist ziemlich ein Hardcore Shooter, also von dem her vielleicht schaffen wir es auch nicht. Schauen wir mal, aber ähm ja. Okay, kommen wir da raus. Nicht, hm? Gut, schauen wir mal. Es sind drei Gebäude auf der... Oh! Oh, jetzt sind doch... Jetzt sind Gegners. Nein! Nein! Verdammt! Es sind doch noch mehr in den Zenden, Mann. Zum Glück bin ich mit dem Schaldämpfer unterwegs, denn äh ja. Ich wüsste jetzt nicht gerade, wo ich... Verdammt! Sind sie jetzt da? Ja! Ja, er ist halt schon ein wenig weit weg. Schon ein wenig weit weg. Zum Glück habe ich den Schaldämpfer dabei. Da wüsste ich jetzt nicht, wo ich herkomme. Immerhin etwas. Oh, da unten. Was ist er jetzt? Was ist das? Nein! Sehr schön! Headshot! Ah, da! Sehr schön! Oh! Zum Glück küsst die Leute nicht, wo ich herkomme. Du Scheisse! Ja, wie gesagt, es ist ziemlich ein Hardcore-Shooter. Also das heisst, ein Schuss und man ist weg. Ich habe vorhin schon eine andere Mission gespielt. Bei meinem Flugzeug habe ich aber leider nicht aufgenommen. Und jetzt hier die zweite Map. Da habe ich gedacht, nehme ich euch doch einfach mal mit. Auf die geile Reise. So. Schön ruhig vorgehen. Mal schauen. Wie gesagt, ein Schuss und das war's. Aber ähm... Ja, schön voll. Ja, macht Bock das, eure Game. Waffen fühlen sich super geil an. Das Movement ist auch top. Macht absolut Spass. Bis jetzt KI weiss ich noch nicht so ganz. Da habe ich noch zu wenig Erfahrungen gemacht. Aber äh, bis jetzt habe ich gemerkt, dass ich umlaufe. Und ja, wir machen das eigentlich nicht so schlecht. Was ich bis jetzt gesehen habe. So, schauen wir mal. Also da vor uns ist das Gebäude Nummer 1. Dann links ist noch ein Gebäude. Ein kleines. Und links von der Halle da vor uns ist noch eine, das ist die gleiche Halle. Und das Ziel ist einfach zu räumen. Alle 20 Gegner. Und ja. Läuft. Wie gesagt, schön Ruhe bewahren. Weil man weiss nie, wo einer sitzt. Und wenn jetzt da hinter der Ecke eine gewesen wäre, dann war's das. Also man stirbt recht schnell. Von dem her immer schön vorsichtig, schön zu schauen. Schön mit Geduld. Gut. Ich glaube ich gehe hinten rum. Hier ist mir ein wenig zu offen. Mal schauen, ob es hier noch mehr hat von denen. Das sieht gut aus. Dann gehen wir noch weiter. Hier. Ja, da ist keiner mehr. Da haben wir schön aufgeräumt. Oh, Schritt. Gehen wir schon nicht. Ist das hinter der Mauer oder ist das hier drinnen? Vorsichtig weiter schauen. Ich glaube ich gehe jetzt nicht nach oben. Zuerst mal nach hinten schauen. Aber nachher ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Wenn wir wieder einmal zurück schauen. Und plötzlich hinter einem einen auftaucht. Wäre echt verschissen. Aber ich glaube nachher gehe ich nicht nach oben. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Für einen Schritt. Der ist irgendwo hier links. Äh, rechts hinter der Mauer. Over here! Umführen. 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 Okay, der hat sich jetzt recht dumm verhalten. Aber ähm. Ja. Ich höre aber immer noch Schritte. Irgendwo ist noch einer. Auf dem Dach oben links ist sicher noch einer. Auf dem müssen wir auch schauen, dass der nicht plötzlich oben herabschiesst. Irgendwo sind wir hier noch nicht. Oh! Nice! Ah, die kann man gar nicht hören. Hm. Ja, da kann man wirklich nicht hören. Also gehen wir mal zurück. Hier rechts ist einfach schon verdammt offen. Ich habe das Gefühl, dass es nicht gut kommt. Schauen wir mal. Schauen wir mal hier hoch. Schreie, schreie. Vorsichtig. Oh, oh, oh. Scheisse, scheisse. Nice. Nice! Ah ja, in die Wand schiessen, oder? So, noch einer! Nice! Hahaha, so ist geil, Mann! Aber ich gehöre Schritten, irgendwo ist noch einer! Kann man da so eine Scheibe durch? Verdammt, irgendwo rennt noch einer um! Woah! Woah! Haha, ist zum Glück gar nicht laut! Hahaha, oh shit! Aber es hat funktioniert! Irgendwo da ist noch einer! Ich gehöre die ganze Zeit Schritte! Schön, ruhig! Zeit nehmen! Kein Bock zum Sterben, wenn es schon so gut läuft! Was sieht jetzt gut aus? Was ist denn der Typ? Ich gehöre jetzt noch einen Teil! Okay! Ja, aber jetzt ist ruhig, oder? Ja, aber jetzt ist ruhig, oder? Ja! 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 Genau! Na, da ist ruhig! Mal zurück! Die anderen Seite! Bitte. Diese verdammte Scheibe. Das ist so geil. Also hier oben irgendwo ist einer. Ich höre ihn auch schon. Ah dort? Oh shit, 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 shit. Es sind zwei, verdammt. Verdammt. Zum Glück rennt er weg. Yes, baby. Ah, schön. Fuck. Noch neun. Das heisst, elf haben wir schon von 20. Oh. Auf dieser Seite. Auf dem Dach. Komm, zeig dich. Zeig dich. Ich bin auch zwei. Oh shit, 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 shit. Nein. Ah fuck. Scheisse, keine Schüsse mehr. Verdammt. Ja, dort ist er. Jetzt gibt's doch nichts. Aber ist gut, zum Glück weiss er nicht wo wir herkommen. Auch der Schaldämpfer ist fucking Gold wert, ey. Shit, ohne den. Keine Schuss. Ah, dort ist er. Okay. Fahne ich um den Wunsch. Fast so aus, hä? Ah, schön. So. Noch acht. Das sieht gut aus, sieht ruhig aus. Mal rüber, eine sehr schlechte Posit... Arschlach sitzt da einfach und wartet. Das ist wohl die schlechteste Position von der ganzen Map. Gut, dann haben wir es geschafft. Das ist hier noch das kleine Haus. Da sitzt sicher auch noch einer irgendwo drin. Irgendwo. Hier ist noch einer, aber so wie es aussieht. Jetzt kämpfen wir uns noch hier runter. Hier unten wieder die Scheibe rein. Das sieht gut aus. Dort ist auch noch ein Hütchen. Ja, dort müssen wir vielleicht auch noch rein schauen. Je nachdem, vielleicht sitzt dort auch noch einer drin. Eier. Was war das? Ah, Gegners! Also komm. Verdammt! Wo habe ich einen geschossen, Mann? Was ist das? Oh, shit! Wir sehen uns kurz. Hm. Oh, cheers. Eier. Guck! Ah, geil! Mit dem Glück weh gar nicht laut. Komm! Reise Mann. Er hat nur etwas gehört, aber gesehen hat er mich, glaube ich, nicht so wie es aussieht. So, zeig dein Köpfchen, komm, zeig dein Köpfchen. Verdammt. Äh, zu nahe an der Wand. Hat er die Waffe reingezogen, Mann, scheisse. Wenn er zu uns kommt, gehen wir zu ihm. Schön, vorsichtig. Vorher sieht es aus, als würde es hier rechts runter oder rüber. Wenn wir jetzt einen Bäch haben, kommt er jetzt hier unten hoch. Oh nein, hier ist kein Steg. Ah, die Steg ist in die Hände. Okay. Ah, da ist er! Nice! So, ist es jetzt noch ein Steg oder ist es noch ein anderer? Hm. Aber es ist ruhig. Es hört keiner mehr laufen. Nichts. Ja, dann. Das ist auch gut. Hier unten noch einer irgendwo. Hm. Ja, dann gehen wir mal schauen. Ja, aber es war glaube ich schon der, der rauf kam. Ja. Ich höre nichts. Ich sehe nichts. Es ist noch nicht so. Er ist noch nicht so. Aber der wartet jetzt irgendwo hinter einer Kiste. Kann natürlich auch sein. Keine Ahnung. Aber ehm. Nein nein. Einfach schön. Vorsichtig. Ja, das war schon der in dem Fall, das ist gut jetzt. Oh shit! Komm! Komm, zeig dein Köpfchen! Over here! Fuck! Nice! Die Jungs sieht gut aus. Und dann würde ich sagen, wir gehen in Richtung andere Hütte. Irgendwo müssen noch sein. Schön vorsichtig, da ist schon mega offen überall. Aber es sieht ruhig aus. Das heisst, die letzten werden wahrscheinlich mit denen drin sein. Ich weiss jetzt gerade nicht, wie viele noch sind. Aber... Ich denke, wir müssen jetzt hier runter, dann auf die andere Seite. Dann schauen wir noch einmal und dann das Stegchen da drauf. Das wäre schön. Es wird friedlich draussen, niemand schiesst, niemand schreit. Gut, das ist gut. Gut. So, was haben wir da oben? Da steht die Türe. Ja. Hinter uns ist gut, sehr schön. So, also. Schön vorsichtig auftun. Ich ziehe den Weg! Hübsch! 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 Ja, es ist aber ruhig, so wie es aussieht. Ah, das ist so eine andere Halle da. Okay. Hm. Wir hören nichts. So geil. Hier schauen. Ja gut. Das müsste der Seitenausgang sein, hm. Das könnte immer nach hinten auf. Wir hören, wir müssen nach hinten aufgehen, Mann. Das sieht gut aus. Oh! Nice! Hübsch! Ah, du verdammt was! Bist du gerade auf dem Toi Toi gewesen da? Hey Scheisse! Kommt er raus und stirbt. Hübsch! Ja. Aber irgendwo müssen das bar sein. Irgendwo. Jetzt sind wir doch in jedem Gebäude gewesen. Vielleicht da längst noch irgendwo etwas, Mann. Wir hören aber auch nichts. Wir hören aber auch nichts. Auch nichts. Wirklich einfach nichts. So, gehen wir mal da hinten. Irgendwo muss es noch 1, 2, 3 rumstehen, Mann. Und einfach ruhig. Oh! Yes, baby! Zu geil! Zu geil, Mann! Shit! Cool! Schön seid ihr dabei gewesen. Liken, abonnieren, wie auch immer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Wupp wupp!